Hallihallo und Willkommen zu Viro! Wir fangen gleich an! Viro! Viro! Wir fangen gleich an! Viro! Das Fake-Varo, ne? Ja! Hallo! Warte, fack, wo bin ich? Ich hab, äh, ein Kommentar bekommen. Varo nachgemacht. Richtig scheiß oder so. Hä? Bin ich? Hä? Wo bin ich? Das war ich auch. Okay, ich weiß, wir waren in der Höhle, Jungs, Jungs. Ah! Ah! Tadakki, wie Fleißen haben wir denn jetzt? Oh, wir haben sogar Gold. Äh, ich meine natürlich, wir nehmen ja heute mit dem lieben Daniels drauf, aus unserer Stadt. Und, äh, dem Dany und dem... Ja, jetzt einfach mal Dusty. Dann sag Manu, sag, mir ist egal. Was ist das denn? Das ist der Internet? Dem Dusty Slash, Manu Slash, Phönix Slash, Dustphoenix Slash... Voll spaßt. Genau. Na, Farni, was hast du mir so alles geklaut? Äh, nix. Ich bin vierter Platz, ich bin in den Top 5. Ich bin irgendwo gespawnt, wo ich überhaupt nicht mehr reingekommen, rein oder rausgekommen bin überhaupt. What the fuck? Ja, ich bin auch irgendwo gespawnt. Weiß nicht. Okay, hat irgendjemand nen Timer gestellt? Ja. Ich hab auch das IT. So, ich hab ganz viel Kohle, ganz viel alles, ähm... Ich brate es hier unten mal, ne? Ich bin... Und ich brauche dringend Essen. Das, was ich nicht habe. Ich bin irgendwo gelandet. Ich auch. What the fuck? Ja, wir... Ich glaube, wir brauchen alle dringend Essen. Äh, wir haben jetzt genug Eisen, also können wir uns nen Eimer machen, Dennis, ne? Wuhu, Eimer! Ja, ich muss mir direkt aber mal... Eimer abfaller. Hat... Ja. Frage ist halt, lohnt sich jetzt nen Eisenschwert wirklich, wenn ich nen halbes Herz hab? Eigentlich ja schon, weil ich mein... Im Grunde füll ich das Eisen ja dann sowieso, wenn ich sterb. Lecker Ninja. Ähm, Manu? Ja? Hast du nen... Hast du... Hast du... einen Wassereimer bei dir? Keinen Wassereimer, aber nen Eimer. Ja. Hast du Wasser? Ja, aber das, äh, kann ich dir nicht ab... nicht an dich abtreten. Dennis, ich komm jetzt mal dahin, also ich komm jetzt mal zu unserem Aus hierhin. Aus? Zu unserem Aus. Ach ne, ist okay. Mit ganz viel Kohle, äh, Eisen, hab ich auch noch was. Du mit deinem Wasserrohabdruck sollst du eigentlich sowieso genug haben, ne? Und, ja, ja, Dennis, ich hab 33 Eisen. Ne, ich mein, damit ich von unten hoch kann. Das ist sehr schön. Da können wir uns... Die Frage ist, machen wir uns erst Rüstung? Ach so. Ich würde sagen, erstmal Eimer, das ist das Wichtigste erstmal. Zwei... Zwei einmal, weil ich bin zu faul, um da zwei Mauchen runter zu gehen. Dani, kann ich keine Suppe mitnehmen? Nein. Okay, mach. Yes. Uh, ich hör Lava. So, genau. Wir wollten uns eigentlich auch mal auf die Pilze machen. Äh, wir haben ja Dani dabei, der Mitleider hier. Gibt's eigentlich irgendeine Begrenzung, wie weit wir von unserer Stadt weg dürfen? Ähm, eigentlich nicht, aber es wäre schon gut, dass sie einfach in der Nähe bleibt. Okay. Ja, aber so auf Pilzsuche darf man dann schon mal so ein Stück weg, oder? Oh. Oh Mann. Malu, was war das? Das war ein Creeper, und einen kleinen Moment bitte ihr. Ich muss bedauerlicherweise kurz die Aufnahme pausieren. Okay. Oder mich einfach kurz muten, das geht natürlich. Egal, du kannst ja dabei so einen Link verlinken zu uns. Ja, natürlich, genau das mache ich. Ja, bisschen spoilern. Ja, bis gleich. Verwestern wir über das die... Ja, also gell, der ist ja... Der ist voll eklig. Ja, gell. Oh, ich habe 52 Kohle, 2 Gold... Ich weiß nicht wo... Die 2 Gold... Ich habe mir gedacht, schau her, ähm, später dann bei dieser Königswahl muss der König einen Goldhelm tragen. Wäre doch voll lustig, so als Krone. Ich besteh nur auf jemanden. Und hier bin ich schon wieder. Ja, also wir haben dich gelobt natürlich, wie cool du bist, Dasty und alles natürlich. Natürlich, was denn sonst? Bitte. Das Deforder King. Yay. Nee, lieber nicht. Hey! Warum denn nicht? Soll ich die Öfen mitnehmen? Eigentlich uninteressant. Deine Entscheidung. Aber soll ich? Nee, ich mach nicht. Oh, wie leer das unten aussieht bei meiner Hungerleiste. Oh. Ja, das kenn ich. Ja, ich alles. Ich hab ein halbes Herz und alles zu leer. Ich hab's noch essen, glaub ich, irgendwo. Das kannst du mir schon mal entgegenkommen. Psycho. Und da sagt er entgegenkommen. Ach, Finger juckt. Ah, Finger! Ich bin in... Oh. Äh, also Leute, seid ihr auch dafür, dass ich Dany bei der nächsten Gelegenheit von der Klippe stoße? Er muss auch mal sterben. Nö, ich sterb hier nicht. Ich sterb in diesem Bereich nicht. Also ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie... Noch nie. Warte, du bist ja nicht gestorben. Nö. Ich bin gestorben und dann stirbst du zehnmal... Ich bin in der Nacht gestorben und dann waren halt milliarden Creeper. Genau. Also bei mir ist das toll, bei mir waren noch alle Tore vor dem Start des Projekts. Der ist ja nachgejoint. Hä, wie? Du bist vor dem... Ach nein, nein, nein! Nein, zwei sind vor dem Start des Projekts gewesen und einer war während dem Projekt. Darf ich dir hinzufügen? Das sind Bäume, das sah gerade aus wie so Häuser oder so. Ja, wir gehen ja unseren tollen gemachten Leiterweg hoch, den Dany jetzt extra für uns gebaut hat. Du kannst mir schon mal entgegenkommen. Merke! Du, ich bin irgendwo unten. Nicht, dass ich dann... Ja. Nicht, dass ich dann... Echt? Ich kann auch arbeiten. Ja, ich verstaue erstmal unser Eisen, ganz sicher. Ich kann auch so was. Ja, ich bin höllig. Also... Ja, hab ich schon gedacht. Ich interessiert's nicht. Hast du Holz dabei, dass du da irgendwie Eisen abbauen kannst? Hä? So, beim ersten Mal haben wir unser Haus ja übersehen, genau da bin ich da gerade aus Weite gelaufen. Ich suche auch gerade eine Höhle. Ja, du kommst mir. Ich mach uns mal eine Rohstoffkiste. Das darf ich leider noch nicht. Das darf ich noch nicht. Oh, 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 oh. Rohstoffkiste... Schups! Nervig. Nervig. Mal... Kloppen. Ja. Ganz aus Versehen. Was passiert, man? So aus Versehen, so 40 mal auf ihn draufkloppen. Oh, ich bin ausgerutscht. Alter, es ist Nacht, jetzt kann ich gar nicht... So, warte, 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 warte. Oh, warte, warte, warte. Oh, bist du tot? Oh, nein, noch nicht. Und weiterhauen. So, man braucht für... Ich hab direkt mal zwei Eimer gemacht übrigens. Man braucht für hier... Fusspanzer für hier 9 Eisen. 9 mal 3 ist aber 27, das heißt ich kann 3 machen, das reicht nicht. 8 noch dümmer. Ich kann gerade mal 2, 3 mal raus. Dennis, was machen wir mit dem Eisen? Ja, das ist schon klar, das habe ich schon gemacht mit dem Eisen. Aber die Frage ist halt, macht weder Schuhe für jeden draus oder für jeden einen Helm oder für jeden eine Hose. Mach die Brustplatte. Mach ganz, ganz. Brustplatte geht aber nicht, da können wir nur 3 machen, das heißt einer von uns kriegt dann keine. Ja, ich verzichte. Dennis verzichtet. Dennis verzichtet. Wer verzichtet? Dennis. Kannst du eh nicht. Bestimmen. Max, sicher nicht. Ich würde sagen, wir machen für jeden einen Helm erstmal, oder? Das, weil dann haben wir noch 7 dafür, ein paar Schwerter. Ich habe gar kein Holz mehr und ich bin irgendwo eingebuddelt. Ich finde den Weg nicht zurück. Dadurch kann man da hin. Oh fuck. Eisenhelm. Wir bauen hier unten direkt mal Fackeln, dass wir uns auch noch holen. Aber wir haben ja jetzt genug Kohle, haben wir hier noch irgendwo Kohle? Ja, jetzt habe ich meine... Magic Pilze. 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 Nein, nur Pilze. Keine Magic. Machst du nur Pilze. Pilze. Nein. Pilze. 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 Ey, hier hat jemand Schrempen eingerichtet, das gefällt mir. Hier war schon jemand, da ist ne Fackel. Da mach ich... Ich mir... Warum ist denn hier so dunkel? Hab ich irgendwie die... Wie hast du das jetzt? Irgendwie kommt mir grad recht dunkel vor. No. Ditto. Los, Pokéball! Mega lag, ok. Klebe noch. Bei mir nicht. Noobs. Wie ist denn das eigentlich? Können wir uns Betten bauen? Also wenn man das klein aufnimmt, dass man dann einen Tag machen kann? Ich wüsste nicht warum nicht. Keine Ahnung. Betten sind so verboten, wir müssen alle wie Dani agieren. Gar nicht schlafen. überhaupt gar nicht. Nein. So was brauchen wir nicht. Nö. So roten. Müsstest jedenfalls nicht nur durchzacken. Man lebt nur einmal. Standard. Ich glaub ich nehm jetzt... Ich hab grad überlegt, ich glaub ich nehm jetzt doch lieber mal ne Stein-Spitzacke mit, weil ich die Eisen nicht verbrauchen will. Wobei ich die immer mal im Inventar behalten, dass du mir dann noch... Ok, ganz schlecht. Ganz schlecht. Hast du... Kaputt gemacht? Ok. Nein. Jaaaa. Aber ich werd vielleicht mal kaputt gemacht. Mach egal. Ein Toten mehr macht doch nix. Ok, Moment. Aber dann siehst du so viele Geister, Dusty! Ein Toter hin oder her... Dusty interessiert sowieso keinen mehr! Mega Reim. War natürlich nicht so gemeint, Dusty. Bleeeeeee! LOS WAND! Ich werd mal meinen kleinen Raub hier... Ich verstecke mich in dir! in der Wand oh Gott das war ein Creeper hat mich fast erwischt wenn ich nur was geht mit dem Block, der hat auch irgendwie sein eigenleben er hat auch Gefühle hat sich verselbstständigt hätte das sehen müssen ist umgeschwebt der Geisterblock das ist da war bestimmt ein Spectator drin einer der Zuschauer NEIN Stimmt ich war so kurz davor rumgejumpt Pilze den ist bei dem ich baue gerade meinen Raum weil wir sollten uns ja so Räume bauen da können wir unsere Sachen verstaunen heute geht es aber ab mit den Räumen wir sind alle stolz auf dich wir sind alle stolz auf dich so irgendwann mal hey das habe ich genau gehört oh scheiße musste ich nicht socken ja schon okay so jetzt wird's ja DANI DER GENTLEMAN total ja total aber wahnsinnig wie sieht's aus mit der Tide mit der Tide wir sind jetzt bei ungefähr 12 Minuten bisschen drunter 1130 ja ich hab ein bisschen früher schon gestartet deswegen aber geht gar nicht das geht doch nicht das geht doch nicht ja also wir sind jetzt auf jeden Fall schon ein Stück warum habe ich das gemacht ach genau wir sind schon ein Stück weiter gekommen heute in der Folge hier bisschen Eisen und so ich mach dir gerade eine Miene wow du machst eine Miene? ich mach eine Miene ich wollte dich auch machen sobald ich zurückgekommen habe aber ich bin in der Hölle aber ohne Holz ich hab also ich hab 28 Kohle gefunden das ist auch was ich glaube ich dass es hier gleich rausgeht ich hab 20 Kohle und 6 Eisen gefunden äh hier wo ich mich gerade reingrabe das wollte ich nicht Kohle die 60 Stück hab ich gefunden bei mir ist hast du gefunden bei mir ist wir sind alle stolz auf dich sehr schön wir sind alle sehr stolz auf dich sehr sehr stolz auf dich mein Sohn Alter wir müssen uns ja ewig runtergraben shit ich grabe gerade mit einem schnitzel hoch ja Stein nein 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 ich probiere gerade von unserem äh von unserer von unserer Berglandschaft da runter zu bauen also von unserem Berghaus denn jetzt aber das ist das dauert ewig das ist echt ich mach so so ein Wendetreppen ich hab schon überlegt ob ich nicht vielleicht gleich ein ganz tiefes Laum machen soll mit irgendwie Wasser dass man runter springt und hoch immer halt mit Leitern oder sowas ist zwar mega langweilig aber ich weiß nicht es macht mehr schmerz und auch so eine Wendeltreppe hochzulaufen ja aber ich kann jetzt nicht raus es ist ja noch Nacht und dann werde ich dann sterben und ich hab keine Lust mit Eisenhelmen und so zu sterben ich bin achtmal gestorben ich null ich fünf was war das Maul Dany du bist nicht gestorben du kannst hier nicht mitreden ja gell ich hab dich in unsere Angelegenheiten einzumischen in die Angelegenheiten des Todes ich hab so irgendwie das Gefühl die Blöcke die in meiner Nähe die werden sie leben wie ist meine okay wir haben jetzt 14 Minuten scheiße ist das episch ja ich bin gleich draußen NAAAAIN ich sehe Erde dann denke ich mir ja ich bin gleich draußen dann kommt Kohle hier einen Block Nein! Ihren Block unter sich erbauen, das soll man nie machen, hätte ich verfasst gemacht. Okay, diese Folge war für mich total unproduktiv. Na für mich schon, wer viel Eisen ergattert hat. So, aber ich würde sagen, das war's diese Folge, ich hoffe euch hat's gefallen und... ... ähm, Manuel... ...atmet laut. Und meine anderen drei Mitglieder können jetzt auch noch was sagen. Genau. Also, ja, ja, machst du Dennis oder erst ich? Okay, ja, also danke Leute auch fürs Zuschauen, war eine weitere... Wir alle bleiben noch trocken, der geht. Genau. Ne, ja, natürlich geh ich. Ja. Natürlich geh ich schon. Also wie gesagt, danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat's gefallen. Jo. Jo. Also, bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen! I think we did dream du so nicht alle dieserönde heute sind so gut四交 April. Ciao ganzям. Bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. J�-ww. Ich bin drei die wir jetzt inаже, ciao. Ich bin, drei mày.